Hallo zusammen, heute zeige ich euch wie man ein Bild in BIL anfügen kann. Wir holen zunächst ein Bild, also dann gucken wir mal wo wir das Bild gespeichert haben. Dann zum Beispiel holen wir dieses Bild hier auf der erste. Da haben wir dieses Bild und jetzt wollen wir ein anderes Bild da anfügen. Also wir öffnen das zweite Bild als Ebene, öffnen und dann gucken wir mal einfach wo wir ein anderes Bild so gespeichert haben und dann fügen wir einfach dieses Bild ja an. Also zum Beispiel dieses Bild hier Ball, dann drücken wir einfach öffnen. Das Bild ist schon da und mit diesem Weg zu skalieren können wir einfach drauf drücken und das Bild einfach skalieren wie wir das haben wollen. Also wir können ein bisschen so sehen, was wir damit machen können. Also und ja, das Bild ist schon da, die Qualität ist ein bisschen schlechter geworden. Also aber hier kann man ein bisschen besser sehen und ich fliege einfach hier hin. Sie können auch das Bild mit dem Werkzeug drehen, wie sie das haben wollen und also einfach alles machen, was sie wollen. Also wir skalieren, wie wir eben gemacht haben und dann zeige ich euch, ja, das Bild ist schon da, wie ich gesagt habe. Und dann können wir hier auf skalieren drücken. Das Bild wird schon skaliert und Sie sehen schon, wie man ein Bild in Bild anfügen kann. Aber hier könnten Sie auf der Ebene anziehen nochmal ein bisschen anstellen, so, dass es ein bisschen besser aussieht. Und von daher, ja, einfach so können Sie auch lassen. Oder weiche Kante, harte Kante könnten Sie auch. Also man kann damit tolle Effekte erzeugen und von daher, also wir bleiben bei der Überlage. Also das könnten wir an B in B. Und Sie können auch das B zusammenfügen. Wenn Sie auf B hier machen, dann fügen Sie beide B einfach zusammenfügen. Und dazu könnten Sie auch ein Textfet passen. Einfach so. Dann schreiben Sie B in B. Die Schriftart können Sie einfach hier ums Ende, also du beklicken und dann die Schriftart einfach hier. Wir können zum Beispiel Georgia Rollen. Georgia. Georgia Roll. Georgia Roll können wir einfach holen. Und die Schriftgröße können wir auch ein bisschen, das Bild können wir nochmal ein bisschen größer machen, wie Sie sehen. Und die Farbe können wir auch umenden, wie wir haben wollen. Also zum Beispiel diese Farbe hier. Können Sie einfach eine andere Farbe da aussuchen. Und dann können wir wieder hier auf der Ebene, drücken wir hier. Dann gehen wir da und dann in der Lagerung, dann sehen Sie, was wir da mitmachen können. Und mit dem Weg drücken können Sie auch einfach den Text nochmal, ja, skalieren, wie Sie das haben wollen. Wie Sie sehen, wir können auch gar nicht installieren. Also, ja, so dass man nicht mehr weiß, ja, und dann wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach auf C. Ich hoffe, euch geholfen zu haben und freue mich auf demnächst, das nächste Video mit euch zu teilen. Also, ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Tag.